Diese hier angebotene 3-Zimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die Loft-Wohnung befindet sich im Kreis Mayen-Koblenz. Die Wohnung wurde 1995 erbaut und wird über eine Ölzentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer und ein Badezimmer. Bei einer Wohnfläche von ca. 120 Quadratmetern beläuft sich die Gesamtmiete dieser Loft-Wohnung auf 900 Euro. Wir freuen uns die Nähe zu informieren.